Ich glaube, der mag nicht. Oh, Feuerwerk. So, ein wenig Strom raufhauen. Komm, da geht noch mehr. Ja, perfekt. Wir haben Feuer. Jetzt hat sie es abgelötet. Seht ihr, Lithium brennt nicht wegen dem Wasser, sondern wegen, weil heiß. Weil das Elektrolyt anfängt zu brennen. Ich weiß zwar nicht, wo die 60 Ampere jetzt fließen. Boah. Da hat es geschweißt. Dann gehen wir im Strom. Ach, guck mal, das ist ja wie Silvester. Seht ihr was, oder ist das überbelichtet? Es ist auf jeden Fall hell jetzt hier draußen. Ich treffe die Elektrode nicht. Hell, oder? Gut. Dunkel. Hell. Dunkel. Glaubst, es leuchtet ein, ne?